Moin Moin Guten Morgen Welche Seite? Äh, das ist das linke Bein Nicht erschrecken, wird gleich mal kalt und nass Oh, gibt man einen Pieks Moin, Luis Ah, Moin, Tim Wie geht's dir, alles gut? Jo, soweit Sehr gut Kann ich dir vielleicht noch irgendwas Gutes tun? Neues warmes Handtuch oder so? Na, wenn sie noch so ein warmes Handtuch hätten Würde ich tatsächlich noch eins nehmen Willst du sonst noch irgendwas haben? Kann ich dir irgendwas für dich tun? Ne, sonst ist eigentlich alles gut Vielleicht einen Kaffee, Kuchen? Äh, ne, danke Massagen haben wir auch neuerdings Ne, ne, alles gut, wirklich Alles klar, dann viel Erfolg gleich bei der OP Siehste mal, Luis, was wir hier für ne nette Pflege haben Mhm